Aloha und weiter im Text mit Jack2. Ich habe eindeutig meine Lieblingsgegend entdeckt und ich habe gerade einen Fehler gemacht. Verdammt! Also zurück. Da ist ein Orb. Wie kommt man denn da ran? Naja, egal. Erstmal gehen wir den Weg hier. Ich weiß nicht, ich mag die Musik hier so sehr. Und ich gehe wieder den falschen Weg. Nee, doch nicht. Oh nein, es hat gelaggt. Es laggt. Warum laggt es denn? Das war falsch. Oder? Ja, das war falsch. So. 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 Wie war das noch gleich? So. 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 Nein. Das ist nicht richtig. Der Weg, den ich vorher hatte, war schon richtig. So und so. 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 Dann so. 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 Und so. Oder? Nein. Das ist falsch. Das ist total falsch. Okay. Wow. Nein, 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 nein. Ich möchte da nicht runterfallen. Eigentlich bin ich gut in solchen Rätseln, aber jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. So, das geht. Nehmen wir den Weg, den. Ah, jetzt haben wir es wieder. Okay. Da lang. Da lang. Da lang. Da lang. Ich wette, da müsste ich auch so. Ja. Schaffe ich den Weg so? Naja, ich hätte ihn bestimmt geschafft, wenn ich nicht hier lang gesprungen wäre. Egal. So. Dumm. Nochmal. Ich finde diesen Part hier toll. Mir macht das Spaß. Upsa. Obwohl nicht, war richtig. So. Ähm. Jetzt so, genau. Und dann den hier. So. Nein. Ist auch falsch. Hm. Also den ersten haben wir ja schon mal. Den zweiten auch mehr oder weniger. Weniger. Okay. Den ersten. Der ist immer so, so, so und so. Der zweite. So, so, so. Nein. Hä? Äh? Ich hab's doch grad gehabt. Was denn jetzt das Problem, Sharon? Erzähl mal. Okay, so. 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 Okay. Okay. Und ich will, genau, ich will da rüber. Das war dumm. Das war sehr dumm. Wie komm' ich denn da rüber? Rüber. Ich kann's ja mal versuchen. Lalalala. Upsa. Ich versuch jetzt mal, einen Moment da rüber zu kommen. Obwohl, ich kann natürlich. Kann man damit? Nee, kann man nicht. Ah, fast. Fast, 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 fast. Das war fast. Dichter nehmen es zwar auch vorbei, aber... Hm. Das ist ärgerlich. Ärgerlich. Ich will den Orb da haben. Und wisst ihr, bei der Musik... Oh, die ist so schön. Egal, liegt nur hin, will den Orb. Machen wir erst mal das hier weiter. Okay, so. Nein! Das war schon wieder falsch. Gedächtnis wie so ein Strauß. So, so und so. So, und dich jetzt. Da lang. Da lang. Da lang. Verdammt. Warum? Ich krieg das hin. Leute, ich krieg das hin. Viele Möglichkeiten gibt's ja jetzt nicht mehr. Nein! Das war falsch. Oder? Ja, doch. Das war falsch. Ups! Der muss mit Zickzack laufen. So, so. So und so. So, dann geht's hier lang. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Hm. Naja, das funktionierte auch nicht. Hm. Ups! Okay, nochmal. Nochmal. So. Ups, ich wollte... Ne, 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 ne. Wie wär's, wenn ich denn mal so da rangehe? Okay. Okay. Okay, das war's auch nicht. Aber... Aber... Was kann man denn aus nem Würfel noch so für schöne Figuren machen? Machen wir mal. So, so, so. Ne, das hatten wir schon. Muss doch von der anderen Seite ran. Aber cool ist das schon, das Prinzip, oder? Also, ich find das genial. Da muss man so ran, glaube ich. Oder? Ja, doch. Ja, jetzt hab ich's. Und jetzt reinfallen, genau. Da oben wartet, glaube ich, einer auf mich. Das sieht so... Wow, da, warum... Der ist ja groß. Was bist du denn für einer? Oh Gott. Ah, nö. Wow. Und das auf Anhieb. Mehr oder minder. Also, viel Energie hab ich nicht mehr, aber... Hi. Cool. Wow, das Dingchen vibriert vielleicht, das Bild vibringt Spallmann. Okay, was habe ich jetzt? Kann ich hier noch irgendwas machen? Anscheinend nicht. Sehr schön. Hm. Hier gibt es drei Orbs, wow. Und da vorne sind nochmal welche. Kann man hier hochlaufen? Nee, kann man nicht, toll. Ah, ich weiß, wo ich bin. Wieder am Anfang. So, da bin ich lang. Muss man hier noch irgendwas machen? Mir fehlt irgendwie gerade so ein bisschen die Gehe dahin und mache das. Machen wir mal dich hier. Machen wir mal dich hier. Und. Nein! Wow, nein, 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 nein. Nein! Okay, das war einfacher. Und jetzt? Was gibt's hier? Wie viele Orbs es hier gibt. Der Wahnsinn. Wow. Den Ort hier mag ich. Ich mag den Ort. Ich mag den Ort. Okay, da gibt's Felsen. Felsen finde ich nie gut. Felsen fand ich noch nie gut. Oh. Okay, die kann man auch nicht kaputt machen. Warum renne ich hier lang? Au, 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 au. Ähm. Okay, die ziehen aber anscheinend nicht viel ab. Ui. Okay, mich hat's dahin gerafft. Wo komme ich denn jetzt wieder raus? Ah! Sowas wünsche ich mir. Genauso sowas auch bei Jack 1. Also bei Jack & Dexter. Man fehlt irgendwo, aber man kommt genau da raus, wo man versagt hat. Wow. Also irgendwie sagt mir diese Kameraansicht gar nicht zu. Upsa. Wow. Aua. Das war gemein. Der kam mir entgegengesprungen, der Felsen. Oh, was gibt's denn hier? Heilung? Jo. Wow. Was seid ihr? Bowling-Kugeln? Hör auf zu laggen. Kumpel, hör auf. Das gibt's nicht. Warum laggst du denn jetzt so? Moment. Einen kleinen Moment. So. Wieder da. Und laggst du immer noch? Nein. Oder doch, 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 doch. Äh. Nein. Wo kommen die her? Nein. Ich hab's zu weit gebracht. Ich will nicht sterben. Aua. Au. Au. Oh Gott. Nein. Nein. Verdammt. Ich hatte es doch. Okay. Aber, ich sag erstmal, wir sehen uns dann im nächsten Part von Jack 2 wieder. Oh, wari. B day. Ja.